Die verstellbare Hantelbank ist ein wichtiges Trainingsgerät, das es ermöglicht, eine Vielzahl von Übungen durchzuführen, indem man die Neigung der Bank verändert. Diese Anpassungsfähigkeit erlaubt es dem Benutzer, verschiedene Muskelgruppen gezielt zu trainieren und sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ein effektives Training zu gestalten. Mit einer verstellbaren Hantelbank kann man eine Vielzahl von Übungen wie Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Schulterdrücken und viele andere durchführen, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines Fitnessstudios oder Heimtrainings macht. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten verstellbare Hantelbank. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Gorilla Sports Hantelbank. Die Hantelbank mit Ablage ist eine zuverlässige Unterstützung für das Training mit der Langhantel in verschiedenen Positionen. Durch einfache Handgriffe lässt sich die Bank schnell im Neigungswinkel verstellen, sodass sie auch als Schrägbank genutzt werden kann. Dank breiter Auflagen und gummierten Füßen steht sie stabil und sicher. Die Hantelscheiben bestehen aus robustem Gusseisen mit einer dicken Gummibeschichtung, die den Boden schont, langlebig ist und rutschfesten Halt bietet, in professioneller Studioqualität. Die solide Stahlwohrkonstruktion dieser Hantelstation ermöglicht das Training mit schweren Gewichten und gewährleistet maximale Stabilität, ohne sich zu verbiegen. Mit einer Kapazität von 200 kg bietet die Hantelstation einen sicheren Stand. Das schwarze Kunstlederpolster dieser Trainingsbank ist von hochwertiger Qualität und bietet auch bei intensivem Krafttraining mit schweren Gewichten maximalen Komfort. Wasser und Schweißperlen einfach von der Polsterung ab und sorgen für einen festen Sitz. Hier ist der Punkt Nummer 4, Zasoli Hantelbank. Die Hantelbank bietet eine professionelle und effektive Möglichkeit für Fitnesstraining, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Sportler. Mit ihrer robusten Stahlkonstruktion und einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg ist sie stabil und sicher für das Training mit Kurz- oder Langhanteln. Die verstellbare Rückenlehne ermöglicht eine Vielzahl von Übungen und passt sich verschiedenen Körpergrößen an, sogar bis zu 185 cm. Die Sitz- und Rückenkissen aus hochwertigem PU-Leder und Schaumstoff bieten Komfort und Widerstandsfähigkeit während des Trainings. Von Bankdrücken über Hantelreihen bis hin zu Schulterübungen und Gesäßtraining, diese Bank ist vielseitig und ideal für das Heimfitnessstudio. Der Punkt Nummer 3, Maxus-Kraftstation 6.0 Die Maxus-Kraftstation 6.0 ist konzipiert, um ein umfassendes Training für Rücken, Brust, Beine, Schultern und Bizeps zu ermöglichen. Sie ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Latzug und Bankdrücken dank ihres innovativen Hebelmechanismus, der die Verwendung einer Langhantel überflüssig macht und nur minimale Deckenholen erfordert. Die seitlich schwenkbare Trainingsbank erlaubt zudem kombiniertes Kurzhantel- und Kniebeugentraining. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstationen, bei denen oft Platzmangel die korrekte Ausführung der Übungen beeinträchtigt, bietet die Kraftstation 6.0 eine Vielzahl von Übungen auf kleinem Raum, ohne Kompromisse bei der Bewegungsvielfalt einzugehen. Dank ihrer geringen Bauhöhe ist sie auch in niedrigen Räumen nutzbar. Die Anfangsposition der Griffe kann individuell durch Verstellung des Arreti-Bulzens angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Griffe stets auf der richtigen Höhe sind und das Training effektiv durchgeführt werden kann. Ein vollständiger Bewegungsumfang ist entscheidend für ein effizientes Training, da nur so die Übung effektiv durchgeführt werden kann. Nummer 2 in unserer Liste – Strong Gangs Handelbank Die Multifunktionshandelbank von Strong Gangs besticht durch ihre Robustheit und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. Mit einem stabilen Stahlrahmen von 7.0, 5.0, 2 mm und einem Gewicht von 25 kg bietet sie maximale Sicherheit und Stabilität. Eingriff vorne und Rollen hinten erleichtern den Transport. Alle Komponenten sind einfach verstellbar, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Die Rückenlehne kann in 7 Positionen eingestellt werden, sogar negativ. Die Sitzfläche ist in 4 Positionen verstellbar, ebenso wie das Beinpolster in der Höhe, das zudem schnell abnehmbar ist. Dank dieser Anpassungsmöglichkeiten ist die Bank äußerst vielseitig einsetzbar, auch für Crunches Sit-Ups dank der Beinhalterung. Die Rückenlehne mit 28 cm Breite eignet sich ideal für Bankdrücken. Die großzügig bemessene Sitzfläche und die 7 cm dicke Polsterung garantieren ein komfortables Training. Die Nummer 1 in unserer Liste – Sportstech BRT 500 Die innovative Sportstech BRT 500 Trainingsbank bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten und kombiniert eine multifunktionale Handelbank mit einem Rückentrainer und einer Sit-Up-Bank. Mit mehr als 8 Übungsvarianten ist sie ein echtes Multitalent. Liegestützgriffe und ein Kohlpult sind ebenfalls integriert. Die Fitnessbank verfügt über extra breite, gummierte Füße, den Boden vor Kratzern zu schützen und bietet dank ihres Anti-Rutsch-Designs einen sicheren und stabilen Halt während des Trainings. Das mitgelieferte XXL-Übungsposter zeigt 12 effektive Übungen für Bauch-, Rücken-, Liegestütze, Bankdrücken-, Beinheben- und Bizeps-Keils. Dank der klappbaren Funktion lässt sich die Handelbank schnell und einfach verstauen und bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Trainingspositionen zu wechseln, darunter schräg, flach und negativ für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten verstellbare Handelbank unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.